Oh! Wir müssen hier landen. Wir müssen hier landen, ja. Scheiße. Jetzt war ich fast noch in den Heckmotor reingerannt. Siehst du das Gebäude davor, wo die Tür auf ist? Ja. Da muss ich hin, denke ich. Ich glaube, wir können laufen. Ich denke mal da ist weg. Oh ja. Da haben wir es dann schon. Ich würde den Schlüssel gar nicht mitnehmen brauchen. Hier ist noch eine M4 drin. Eine CQA1. Ja, ich komme mal. Was ist das? Oh, ein Pirat. Oh, ein Pirat. Der Mose. Oh. Hier oben ist noch ein RIG. Lass uns schnell rüber. Er landet hier. Komm mit schnell. Hier, raus und rum und unter dem weißen Truck vorbei. Oh ja, wir kriegen Besuch. Oder renn zum Ausgang wieder. Renn du zum Ausgang, wo wir gekommen sind. Hast du jetzt alles für die Kraft? Nee, ich muss hier nochmal rüber. Oh, du kannst schon zum Ausgang. Ich glaube, ich werde es nicht. Ja, ich bleibe bei dir. Ach schon. Hier muss ich nochmal her, glaube ich. Ich bin mir auch nicht sicher. Irgendeinen blauen Tisch muss ich suchen. Wo ist hier was? Aber frag mich nicht. Ein Warehouse. Ist das hier das Warehouse? Das Warehouse war, wo wir reingekommen sind. Das erste Haus. Ach so, das war mein Haus. Ja. Das habe ich XP gekriegt. Ah, okay. Da muss ich hin. Cool, danke. Wenn du irgendwas blaues, einen blauen Tisch oder sowas siehst. Ah, hier. Okay. Muss ich noch etwas machen? Nee, wir müssen zurück. Einfach hier hinten raus. Der kann ich nicht den Feuermodus wechseln. Ja, das ist noch. Ja, das ist noch. So, das war ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer people. So, das war ja. EEP Dreier.